naja hey leute und willkommen zu einem neuen video äh ja leute in diesem video werden ich und das turn einfach nur mal fighten und ja wir werden mal gucken was alles so passiert aber ich bin kreativ leute das war die rache das war die rache dafür dass mir gerade eben den sniper hat gegeben hast ich weiß es war übertrieben aber naja ich hab dich aber gepix ich weiß so meinte ich ja auch leute wir werden gucken was jetzt passiert wir werden uns messen hochschild ja okay leute das war der fehler meines lebens ich spiele jetzt bisschen normal also falls ihr mehr sowas haben wollt dann lasst ein like und ein abo da würde mich mega freuen vergiss nicht die glocke leute er sagt mein name heute vor allem mit dem jacke wenn du tschüss tschüss bist du tschüss 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 erläutig bin so großartig schlecht tschüss tschüss das ist das was ist das leute ihr habt es gesehen das wünschen ist ein leisten ich mache ein video ja er sagt karl macht ein video aber egal ich bin hier durchgehend was ist denn dort darum ich habe noch gesagt ich mache ein video meine fresse was ist denn da ich sage ich mache ein video versteht es als leipzig mal ist das beste leben er guckert meine was ist denn das für ein leben er leute heftig alle los den leute heftig los in die kommis ganz ehrlich ich hab noch nie so ein schlechtes im kopf hinter dir ausgaben ja ja warum auch immer aus irgendeinem rück schießt man habe die snipe anmelden oh fünf meter ja beste leben fünf meter aber beim runterspringen halt hallo nicht beleidigend gesagt macht video wenn das von youtube gesperrt wird dann nein trotzdem kein schimpf oder so haben wir doch dass hieft 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 fehl ich dann mal diesen millimeter das ist das problem an folgen das ist wirklich das problem was ich immer habe es ist entweder so dass die leute sich immer so einen millimeter zu seite bewegen und ich dann hinaus nicht treffe oder es ist einfach so dass ich große treffe ja leute beste leben keine ahnung wie lange ich das video machen werde. bad girl. okay. bad girl. no scope. no scope. no scope. no scope aus der höhe hallelujah. jetzt wo du vergisst das video zu stoppen oder zu stoppen? nein. du bist mit so hinten ich der sekunde beste leben ja 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 weil immer beigetreten ist auch loskopf schon wieder ja ein video video beleidigen nicht beleidigen nicht nicht los go wenn seine rast nicht ausarbeiten ja dann werde ich dich stumpf also ja weil ich habe zuschauer und die wohnschmerzen bekommen und was ja und dann wird das kritisch mit dir mehr macht ich einfach und dann die aggressiven freilassen los go los go los go los go den stoppen nicht auf los go los go das ist ich werde es los go das finde ich ap ja ich weiß das ist das das ist das 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 ich das hat sich gebaut gut das ist das das ist das 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 ist das 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 es das das gesprungen habe ich auf den notebook gegeben warum kommst du immer von hinten Warum bist du so schnell? Du! Ne, du jetzt nicht! Nein! Ja! Okay! Mann, was wollt du denn immer auf voller Seite? Das geht dann, seit ich meine Kills habe, Dolm, ja! Geh auf, meine Kills! Geh auf, meine Kills! Endlich, mach nie, guck mal, wegl, das ist! Ey, ohne! Fühst halt so! Ey, Junge, was ist denn mit meinem Aim los? Juhu! Juhu! Oh, ne! Oh, ne! Oh, ho, ho, ho! Wie ich einfach sofort den Headshot gebe, als du gespawnt bist! Oh, ne! Ja, lass mich hier! Warte auf! Er baut nicht! Nein, ich hab die Waffe aus! Warum baut er denn nicht? Weil, Balane! Ey! Nein! Oh, ho, 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 ho! Leute, habt ihr die Headshots gesehen? Jojojojojojojojojojojojojojojojojojoj! Nein! das spiel hasst mich das von mir aber ich im jagdgewehr genommen nächster hallo nichts von köln vor mir ich möchte einfach nur dadurch ja jetzt fängt sie an was ist denn das hat mein kill abgestoßen was ist denn das ist denn da über die oder mich mit der kill abgestoßen oder ich treffe nur in millimeter daneben was ist denn das für eine kacke ich hab dich in ruhe gelassen weltkühlen auf einmal kopf zu ziehen ja ja was soll man auch mit zwei hp machen das beschwert sich weil man ihm ein kill abstaubt leider wir wurden jetzt schon keine ahnung wieviel es heißt jetzt abgestoßen ich schwöre ich habe dieses spiel langsam so sehr auf ihn zu spielen Leute, no scope, no ho 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 scope. Warte, ich leg das Jacke gleich weg. Oder ich behalte es. Das wilde Spiel von mir, ich sag ohne Spawn Cap, was macht's hier im Bad Guy? Spawn Cap. Wollte ich mich eigentlich komplett auf Waren nehmen? Ja. Ich schüsse einen Millimeter über deinen Kopf. Bei Fußballskind trifft man die Haare Headshot. Bei jedem anderen Kind, wo die Haare zehn Kilometer hoch sind. Nichts. Ey, Junge, da spielst du. Ich schwör. Jetzt kommt man nicht immer von hinten. Weißt du, wie das aufregt? Schon wieder dieser Millimeter, ich hab langsam keinen Bocken. Mein Aim. Mein Aim gibt heute schon auf. Schon wieder dieses Spawn Camp. Wenn auch einer Spawn Camp wird gekickt. Ganz einfach, ich hab keinen Bock mehr. 33er halt, was will denn das Spiel von mir? Ich hab die zwei APs. Ich hab die zwei APs. Au ab! Ich hab mit dieser Hülle gespielt und einfach so schlimm. In der Luft! Und nicht nach, oder? Was tut ihr denn? Ey Bad Girl, drück mal dieses Fisch, Alter. Ja, drück das mal, das ist cool. Nein. Du kommst dann nicht schön und so. Genau das hast ich an MP. Sollen wir Regeln aufstellen, keiner hat auch eine MP nirgends. Können wir. Das war keine MP, aber ich kann es nicht richtig nirgends. Wenn keiner mich jetzt anschießt. Entschuldigung, das ist ein Millimeter. Was will denn das Spiel? Ne, jetzt reicht es mir. Was? Warum kommt man hier? Jetzt reicht es mir. Wo gibt es den Geist auch? Wo ist das Mikro? Da wo du nicht bist. Wo? Da hat er recht. Wo er recht hat, hat er recht. Ich höre ihn. Kannst du mich eigentlich gar nicht? Ich bin so ehrenlos. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Aber man zieht sich. Hallo. Probier's. Hey. Lass mich. rotzip. 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 Elf. Hier kann ich freuen. Och Mann ey. Bad girl. Lass mich noch einmal in Ruhe. Meine Elf. Tag. Hast du verdient. Hast du verdient. Du kleiner Hosenmatz. Ich höre ihn. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Kommt dann immer. Roll auf. Philipp. Nee. 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 den hipert nicht so. Bonus. Dach rum 투 extrem gut. und schreibt was gutes in die Kommentare. Ja wir werden gerne. Ja war ich bisher zwei Dollar geöffnet. Ja was wollte mein personnes von hinten von mir. genre in die function. Du lässt mich und schießt mich an. ist das neue ich lass dich ich wollte es leckt es leckt warum leckt denn der schild jetzt schon wieder mal lasst mich rein ich habe so schlecht ist ja das meine ich ja ich habe auch lecks hast auch lecks und das war ein paar headshots das meine ich habe mich das ist ziemlich hoch 10 und ich nehme euch beide wahrscheinlich aus dem kann ich auch 200 ergeben leute lassen dafür diese jetzt habe ich glaube ich jetzt habe ich noch das bieten das game play hoffentlich weiß nicht gaming was loskaufsund wenn ich habe ich probokate jungen die benötigt der kraft sich davon euch halleluja das wird man jetzt die ganze hetze like gaming schneid bitte das aus danke wette du hast diesen trick gemacht du hast diesen trick gemacht dass du anvisiert hast du dann hast du losgelassen also vom weg visieren ein ein ja 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 leute schreibt da bitte in die kommentare wie viele noch kurz habe ich getroffen bis jetzt also ich meine am ende des videos leute ich weiß man muss kurz nicht so krass aber na ja naja wirklich nossas koppiner luft das ist mal erläutert was der fetteste gruppe also im battle royale habe ich heute wirklich ein also als ich heute gegner gesehen habe habe ich wirklich ein ich bin es also die ich in den letzten drei runden ausgeschaltet habe mit dem jagdgewehr wenn ich die gekillt hat im headshot getroffen was soll man denn auch großartig tun aus 70 küls wenn ich das video der sechste wirken erlaubt dafür will ich sorgen ich bin eine nudel nein spaß genau so lasst mich mal kurz in ruhe ich habe 40 küls warum sind jetzt 10.000 leute doch nicht bitte lasst mich losbauen hallo mikro warte bevor du mich kickst darf ich mich kicken nein warum nicht weil du müll gebaut hast in minecraft alles verstört das video jetzt wenn ich weiß wenn ich jetzt leute das was mit dem video falls euch gefallen könnte gerne like und abo lassen würde mich mega supporten und mega helfen wir stehen kurz vor den 307 ist die glocke nicht vergessen leute wir stehen kurz vor den 370 abos ich würde mich wirklich mehr über die 370 freuen auf 400 mache ich wirklich ein krasses leute verpasst es nicht wenn wir den 400 abos knacken und ja das war's mit dem video ciao leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal